so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die trigonis trigonus von argento eine neuheit dieses jahr eigentlich kann ich jetzt bei argento sagen das alles von argento eine neuheit dieses jahr ist haben eine schöne zehn schuss batterie mit nur 138 gramm das wundert mich ein bisschen tatsächlich gekauft wurde die bei pyro web preis ist mir gänzlich unbekannt ich glaube so 13 euro die gerade mal zehn euro weniger als zehn sogar ja und ich habe die mir nur mitgenommen weil das hier sehr gut klang ohne weiter zu labern würde ich jetzt mal sagen komm let's go raus mit der trigonus jetzt gibt es die tigonos eine kleine argento batterie mitgenommen bei pyro web feuerwerk das ganze ja deswegen auch am ersten noch gehört ja so alles andere ist schwachsinn let's go ja mei wie geil war die denn hör dieses riesel krass ja